Yo, servus Leute, jetzt willkommen zu einem neuen Part Blood Bowl 2. Beim letzten Mal haben wir es ja den Nekromanten gezeigt, wo der Frosch die Locken hat. Und jetzt geht's weiter gegen die Amazon, gegen die Schlangschon-Skill-Birds, oder wie die auch immer heißen sollen. So, und es geht weiter. Wir haben einen Reisenden, weil ja, ähm, momentan der IKKL-Hässling bei uns verletzt ist. Dann schauen wir mal. Yeah, ich bin auch ready. So, einen wunderschönen guten Tag, willkommen heute wieder im Chaos-Dom, schon wieder? Schon wieder? Oder war das die letzte Runde gar nicht im Chaos-Dom? Ich weiß gar nicht mehr. Und da steht wieder die Siege der, die Riege der Sieger. Und da die Geschners, haben die wieder sich einen Hack gegönnt. Wunderschön, die Amazonen. So. Sieht so aus, als Starspielers ist es doch 100% wieder der Hack. Habe ich jetzt auch eben gerade gerne in die Auswahl geschaut, ob das jetzt wirklich so sein soll. ob das weg so ist und wir verteidigen natürlich und die denn mal gucken mal der helmut helmut fleischer wir haben aber auch ein helmut sim hier bitte in karpfen wir haben relativ viel ausweichen da kommt unsere teckel zugute so da haben wir unseren unseren launer der to fargors so naja fehlt halt jetzt doch ganz schön in der aufstellung aber ich würde mal sagen wir bleiben erst mal so gegner stellen sich auch etwas komisch auf und wir schießen los perfekte verteidigung chaos der den ex youtube kann auf eine andere zulässige vergangsform umstellen die anderen müssen ihre gewählte form beibehalten jetzt kommen wir gerade mal kurz minotaurus und haa helmut das sollte eigentlich alles kein thema sein wobei wir können eigentlich wenn der ball da hinten aufschlägt können wir eigentlich hier und zwar ein bisschen aggressiver hinstellen machen wir mal so bitte nennen es aus perfekt perfekt und los geht's so gut hat vier die partita brazen face so wenn haben wir hier ja 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 so gut hier hat bald gefühlt oder jetzt kann bei gefühlt das ruf sicher um gottes willen ohne ein karpfen au eine linienfrau ohne fängerin btf ok das gibt rache so von helsing weißt was du bist gefragt hauen um perfekt hauen einfach um so sollen sie doch mal gucken wie sie da durchkommen wird so hier so mal ein bisschen den druck aufbauen max da rennt auch mal eins vor perfekt so mauer dich doch gerade mal hier so hin du stellst hier so rein in die mitte sage ich mal in die mitte sage ich mal hii hii compare es mal wegschieben ist auch nicht schlecht mal wegschieben ist auch nicht schlecht folgen wir doch gerade mal so so sim bleiben so dünne ne sprecher du bleibst so so da warte mal was jetzt sie da oben machen was sie da macht das sollst du aber eigentlich nicht machen so let's check au oh no nicht schön auch das ist nicht schön das gibt es doch nicht alter ist gelähmt sprecher das gibt's nicht was ist denn da los gerade au ok kriegen wir schon alles in den griff bekommen wir schon alles in den griff so bleiben aber bitte hierhin auf minotaurus so weil ich sag mal im direkten kampf werden sie weniger zu bieten haben als wir oder weniger aufzubieten haben wir so rum gesagt wird sie fragen wir wollen wir es am besten besten hier und da rücken wir jetzt mit auf sag ich mal so genauso wie jetzt ist im keuerschwamm kommt kommt hier somit hin perfekt das machen wir mal hier so ja lassen wir mal so lassen wir mal so laufen jetzt gleich passiert bin ich mal gespannt so so ok ok nein von helsing au 1 vor ich glaube jetzt haben sie sogar einen fehler gemacht weil dieses 1 vor ich glaube nicht dass das reicht oh shit tofagos eieiei nicht schön dass sie da uns jetzt so durch stumpfen harris au auf alle hoch so jetzt boxen wir erstmal den hier frei das will ich eigentlich nicht egal folgen weißt du was man kann auch unser minotaurus wildes tier ok perfekt tackle bitte bleiben und flugtackle perfekt ist gelähmt perfekt ist gelähmt äh so max bitte einmal draufschlagen und folgen natürlich wunderschön so sim weißt du was blitz die blitz die wunderschön komm noch mal er hat ihn er hat ihn leute ich bin so stolz auf dich so was ist was damit dann renn doch gerade mal hier so entlang und das soll es doch auch schon gewesen sein gucken wir mal was jetzt gleich passiert also das ist ein helmut zecken glaube ich nicht kann ich mir nicht vorstellen oder oder passiert gar nichts passiert gar nichts perfekt sehr gut das war glaube ich die karpfen der das gemacht hat richtig karpfen jawohl so wie machen wir das jetzt am besten erstmal von helsing wunderschön folgen ist k.o. haha sehr schön von helsing wunderschön wunderschön draufgeschlagen so dann steht ihr erstmal wieder auf hiris und auch dutofagoras wenn wir den wegkriegen könnten weißt du was das probieren wir jetzt einfach so da sind aber ich darf gleich noch mal was macht doch dahin so helmut so max empfängst du oder zusätzlich wunderschön hot wichtig ist jetzt erstmal hier berwingsrechtsweite 6 leid zwei drei vier fünf sechs sieben acht mit zwei kofer jetzt kommt eins vergisst du noch dass wir auch den cage aufbauen können so so ein bisschen es gibt so einen einseitigen Cage in die eine Richtung oder ich versuche es zumindest so Sim ach komm weißt du was wir haben so viele Rerolls immer pro Halbzeit und Feuer sehr schön gut gemacht Spreiger Versuch dein Glück nicht so gut aber ok und die auch noch K.O. gehauen perfekt perfekt 1,2,3,4,5,6 Silber sollte man hinkriegen wenn nicht passt du einfach zum Dummy und der rennt hin sollte man hinkriegen oh oh hä? das gibt es nicht ich habe den gleichen Match wie du fängt ein alt Mann wie Minotaurus verlegen wir was Max ist K.O. das ist schlecht der Ball liegt da nicht schön nicht schön ok oh oh nein Iris ah der muss liegen lassen sonst tun sie den sonst den rausstummen das will ich nicht du hüllen nötig wie tief Aber bitte hierhin von Nelsing. Bitte hierhin Karpfen. So, Brackwood, stehst du mal auf. Willst du hier. Einverstanden, bleib liegen. Bleib liegen ist schon in Ordnung. So. Perfekt. Nein, da war es. Mach einfach. Boom. Was ein Zimmungsduell. Wenn man überlegt, dafür, dass Amazonen sind. Theoretisch, Mensch, mit dem Domi den Ballversuch aufziehen. Habe ich schon gemacht, die Runde nö. Wir hatten. Wir hatten. Machen wir mal hierhin einstellen. So, dann bitte einmal hier aufstehen. Sim. Nee, faul wollen wir jetzt nicht. Dann einmal bitte so. Und einmal bitte so. Und das war's, würde ich sagen. Das war es. Der DDNX-3-Domi hat. So. Hey, 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 hey. Au. Da haben wir noch drei Züge. Sollte man hinkriegen, oder? Touchdown-Tama. Dass wir zu wenigstens meine Führung sind. Na komm. Nein. 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 Oh, no. im Weg es gibt sie nicht aufstehen Karpfen so so gut von Helsing folgt da mal bitte dann bitte einmal hier perfekt bleibst du und oh der war so schön neben gerade wunderschön und jetzt bitte einmal ein Go4It Domi das Go4It hat auch gepasst dann weißt du was Helmut gehen wir hier so nebendran einmal aufstehen Torfagos einmal aufstehen auch du so mal gucken wir mal kurz ne weißt du was Harries kommt aufstehen von der Mittellinie von der Seitenlinie weg und reroll das ich mir gar nicht bieten hier komm her folgen das war's so so dann schauen wir mal an ein Fluffy gibt es glaube ich beim nächsten Level ab sogar rasend weil das ist relativ gut wenn man blocken schon hat hey 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 der angreifer geht zu Boden natürlich Zug 7 alles klar weißt du was Karpfen walte deines Amtes bitte folgen so einmal bitte hier wunderschön dann bitte einmal so und so so frage was machen wir jetzt die unterstützen sich gegen seit schon grüß sie jetzt erstmal weg bleiben tschüss oh Iris auf da mal an das ist schlecht das ist noch schlechter shit ah gut egal wir stehen da wir stehen da was soll noch passieren außer dass die uns jetzt blitzt und brennt uns um glaube ich aber nicht glaube ich nicht ich darf dann wieder entscheiden was passiert gucken was er macht gut gut mal schieben natürlich hä hehehehehehe oh man hä hat die uns gerade in die touchdownzone egal Oh Mann ey, oh oh oh. Das war's schon. Perfekt. Oh, der Max ist immer noch K.O. K.O. haben aber die Gegner auch noch drei Leute. Und jetzt geht's wieder rein. Und der Helmut fliegt vom Platz. Wunderschön. So, zum Angriff. Oh, ist natürlich nicht so schön, dass der Dings jetzt fehlt. Was wir machen? So. Gut ist die Sache. Schieß los. Hoher Anstoß. Jeder Spieler von Team Chaos, der, der in Extra YouTube, der sich nicht in einer Tacklezone empfindet, kann auf das Feld bewegt werden, auf dem der Ball landen wird. Wunderschön. Okay, der wird dahint. In London. Da bleibt uns ja eigentlich nur noch zwei, drei Leute. Und da würde ich sagen, da nehmen wir doch den Halles am besten. Den fängst du. Okay. Okay. Okay, Iris. Den nimmst du jetzt aber. Und dann go for it da hoch. Sieben und sechs Prozent. Auf, jetzt. So. Okay. Warte mal, noch können wir passen. Kurzer passen. Ne, das machen wir mal lieber nicht. Das machen wir mal lieber nicht. So. Dann einmal bitte hier. Mach den da gerade. Helmut. Einmal bitte die Gegner ein bisschen festnageln. Ist K.O. Wunderschön, Helmut. Wunder, wunderschön. Sehr schön. So, Karpfen. Spreiger. Minotaurus will es dir. Lieber kleiner Dings. Karpfen. Dann machst du das halt jetzt hier. Tackle. Sehr schön. Den binden wir doch auch hier gerade mit dran. Wunderschön. Ist gelähmt. So, hier steht jetzt ja gar keiner mehr. Das heißt, die Sim geht hier hin. Domi, du bleibst da mal stehen. Das macht der Van Helsing. Der geht da hin. Gucken wir mal, was jetzt passiert hier. Ist ja jetzt wieder freundliches Blood Bowl Wetter. Und dann kann der Hyrus nämlich auch hier so rüber rennen. Okay. Schauen wir mal. Was jetzt hier so passiert. Äh, hä? Jens darf. Oh, fuck. Oh, no. Oh, no. Das will ich aber jetzt nicht hier. Das heißt, den muss ich, den mit, der Domi muss jetzt die wegmachen. Müssen wir mal gucken. Ich sag mal, was ist denn jetzt los? Die kloppen uns aus der Schlage raus. Oh, Van Helsing ist verletzt. Oh, bitte keine langfristigen Auswirkungen. Ach, das ist scheiße. Verpasst das Z-Rümmerte Hand. Verpasst das nächste Match. Gut. Eieiei. Okay. Aufstehen, Hyrus. So. Domi. Hause um. So, Fluffy. Ich brauche hier ein Dings. Zu scheiße. Dann bitte hier hin und folgen. Die darf nicht rauskommen da jetzt irgendwie. Okay. Dann bleibst du. Bleibst du halt da stehen. So. Einmal bitte hier. Diesen hier. Und. Booms. So. Akanta wird der Enzest gelähmt. Okay. Du bist der Lone. Okay. Ihr rückt jetzt alle mal eins vor. Eins vor. Dass uns da jetzt keine böse Überraschung erwartet. So. Torfagos. Schlecht. Torfagos. Schlecht. Egal. 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 Jetzt müssen wir irgendwie die Kuh vom Eis kriegen. Sonst haben wir ein Problem. Sonst haben wir ein Problem. Äh. Hä? What the fuck? What the fuck? Oh no. Bitte 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 noch meinen Fall. Bitte noch meinen Fall. Bitte noch meinen Fall. Bitte noch meinen Fall. Nein. Eins zu eins. W.T.F. W.T.F. So schnell hat es sich gedreht. Okay. Max. Du bist auch immer noch cold. Das gibt es noch gar nicht. W.T.F. W.T.F. Reserve 3. Okay. So. Krapfen. Torfagos. Müssen so bleiben. Okay. Kostenloser Zug. Schneller Zug. Perfekt. Bitte hier in Krapfen. So. Jetzt können wir die hier gleich unter Druck setzen. Wenn wir uns so hinstellen. Perfekt. Und so bleiben wir jetzt. Okay. So. Wo geht es los? Fluffy. Warum kriegen wir eigentlich keine Verletzung mehr hin? Kann mir das mal jemand sagen? Du bleibst. So. Wo ist er der Haris? Da ist der Haris. Haris, komm. Das ist schlecht. Das ist gut. Haris, du bleibst. Perfekt. Ist gelähmt. So. Okay. Ich würde sagen. Erst mal den Ball aufheben. Und dann davor. Ja, der Max fehlt. Das merken wir jetzt richtig bei uns im Team. Ich glaube, ich muss noch einem Ballgefühl geben. Weil wenn der mal ausfallen sollte, haben wir ein Problem, mit dem Ball überhaupt noch was anzufangen. Glühende Kohle, wie man so schön sagt. So. Oh, oh. Heieiei. Prack war mit Klammerschwanz. Sollte eigentlich kein Thema sein. Eieieiei. Heu. Eieiei. Eieiei. Okay, also erster Zug jetzt. Du musst jetzt Karpfen, du musst jetzt irgendwie den blöde Ball aufnehmen. Er hat ihn, er hat ihn, er hat ihn, Leute, er hat ihn. Wunderschön, so. Perfekt. Bleiben. Wunderschön, wunderschönst. Wird schon am liebsten sagen, weißt du was, rennt da hin jetzt. Geht du einmal hierhin. So, doller. Aufstehen. Simcoeer-Schwamm. Okay, schon so ein bisschen aufbauen. Wunderhübsch. So, Spreiger. Nö, weißt du was, da machen wir gar nichts. Und Helmut, stell dich ein bisschen so hin. Und hier, der Thor-Fargos, komm. Er schiebt ihn weg. Folgen bitte. Okay. So. Ich bin mal gespannt, wie Blood Bowl 3 wird. Es hat ja dann auch etwas neuere Regeln oder aktualisierte Regeln. Bin mal auch gespannt, welche Teamstar dann dabei sind. Freue ich mich richtig drauf. Boah, das gibt's doch nicht. Leute. Wir müssen das jetzt mal irgendwie hinkriegen. So. Tritt könnte man dann so durchrennen. Heieiei. Probieren wir es aus. Wir haben gar keine andere Möglichkeit. Au. Knochenbrecher ist gelähmt. Ja, ist wunderschön. Nein, Thor-Fargos. Ja, der Hesling fehlt halt auch bei uns in der Start. Elf, muss man dazu sagen. Das merkt man auch schon ganz schön. Weißt du was, komm, auf jetzt. Perfekt. Okay. Wunderschön. Aufstehen. Wo stelle ich mich denn hin? Ich stelle mich hier hin, weißt du das? So, hier hin. So. Stelle ich einer hier hin? Einer hier hin. Und einer hier so hin. Ah, Kacke, der kann leider... Wollen wir ein Go-Fight machen? Go-Fight! Geht. So. Bitte einer hier hin. So. War's das schon? Das war's schon. Okay, war's eine Zermürbung-Schlachtzug-13. Wir wollen auf jeden Fall den Sieg hier jetzt noch mit nach Hause nehmen. Würde ich sagen. Oh, oh, oh. Ei, 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 ei. So, da rennen wir mal wieder vor. Oder die rennen wir wieder vor. Die steht auf. Oh, oh, VTF. Ach so, jetzt versucht sie hier... Hm. Machen wir so. Fliege ich nicht raus. Fliege ich nicht raus. Soll mal recht sein. Und tschüss. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Aufstehen. Hm. Helmut, fängst du den? Hatten. Sehr schön. Okay. Einmal bitte hier hin. Oh, jetzt machen wir hier mal ein bisschen ramba zamba. So, Fluffy, einmal bitte hier hin. Sehr schön. Du stellst dich hier hin. Das war Spragwater. Du kannst doch blitzen. Denn mach das doch mal. Also wenn der noch blocken hätte, das wäre pervers. Das wäre pervers. So. Dann bitte einmal hier, Domi. Weißt du was? Erholungswurf. Schlag sie tot. Gut. Bleiben. Sehr schön. Gut. Passt soweit. Jetzt dürfte nichts mehr passieren. Der Helmut macht jetzt gleich. Dann haben wir... Oh. Perfekt. Perfekt. Das ist richtig gut. Komm noch mal. Ah, Mist. Mist, Mist, Mist. So, aufpassen. Iris. Au. Au, au, au. 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 Wenn ich die wegkriege, dann ist es gut. Dann punkten wir auf jeden Fall. Können Schirich auch mit dem Helmut probieren, die wegzuschlagen. Wie ist das denn nochmal? Können wir uns nach dem Block noch bewegen? Perfekt. Perfekt. Ne, wir machen es anders. Wir gehen jetzt Wirtschafts-Safe. Wir gehen jetzt Wirtschafts-Safe. Komm. Komm, Sim. Äh... Perfekt. Und bleiben. Perfekt, Sim. Wunderschön. Und Helmut. Du machst jetzt den Score. Yeah. Kurz vor Ende. 2-1. Oh, Helmut. Wunderschön gemacht. Wunderschön. Okay, das wird auf jeden Fall spannend, wenn man mal ehrlich ist. Das wird spannend, auf jeden Fall. Uh. So. Max ist immer noch K.O. Und bei den Gegnern, der Helmut ist draußen, aber dafür sind die anderen zwei nicht mehr K.O. Oh, oh, oh. Wakey, wakey, so. Jetzt ist das Wichtigste, dass wir hier jetzt noch die Führung behalten. Ich weiß nicht. Okay, die haben zwei Züge. Ne, es packen die, glaube ich nicht mehr. Mal gucken wir mal. Und bitte einmal so weit. Oh, okay, können wir auf dem Benachbarn das Feld ziehen. Und los geht's. Okay, die hat den. Oh, fuck. Körpfenklapptisch ist verletzt. Keine langfristigen Auswirkungen. Okay. Heieiei. Spreike. So. Wunderschön. Gucken. Kommt denn jetzt du. Ah, schade. Komplett war. Ach, weißt du, was ist eh unser letzter Zug? Einzigänger, Lona, okay. Na gut, dann mach doch hier so. Dann haben wir bitte so. Und dann halt bitte noch mal so. So. Einmal bitte so. Dann einmal bitte so. Und einmal bitte so. Und einmal bitte so. So. Flugdecki. So. Bitte einmal so, Lona. Und einmal bitte so. Dann Sim, du bist dran. Einmal bitte so. Bleiben bitte. Und dann machen wir mal Zug beenden. Und dann kommt der 16. Zug. Dann haben wir doch noch gewonnen. Oder? Vielleicht. Machen sie irgendwas? Nee. Und nein. Nein. Um Gottes Willen. Sehr schön. Hät es noch verletzt, wäre es geil. Und Achtung. Wir haben es. Wir haben es. Wir haben es. Den Schiss vor dem Abpfiff. Genau. Der Schiss vor dem Abpfiff. Perfekt. So. Ich bekomme eine 1 Wiederholungswurf. Eine 5. Perfekt. Nee. Ablehne. Torfagos. Du hast zwar eine wunderschöne Hilfe, aber das bringt gerade uns gar nichts. Das nächste Mal geht es gegen die Victorious Furies. Nee. Vichyos Furies. Alter. Den Dunkelelfen. Bin ich auch mal gespannt, wie das wird. Bin ich mal gespannt. Und unser Team. Die Riege der Sieger. Perfekt. Van Helsing ist verletzt noch nächste Runde. Aber das kriegen wir alles hin. Leute. Da würde ich sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und gucken, ob wir unseren ersten Platz verteidigen können. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal bei Blood Bowl 2. Ciao, ciao.